Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. So, jetzt geht es weiter mit Bussimulator. 85% müssen wir noch schaffen, auf jeden Fall der Haltestelle sollen auf den Strecken liegen, die mit Fahrern Einkommen generieren. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen. 55% haben wir auf jeden Fall. Also hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Die Frage ist, wie weit müssen wir... Gut, dann speichern wir das und fahren die Route ab. Und dann fahren wir los. Die nehmen den hier. Das ist mir am liebsten so. So, jetzt geht es los. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier aus der Haltestelle. Wird es mal, willst du nicht anschauen? Du willst anschauen, okay. Auf, auf. Die Flusspromenade müssen uns nächstes anfangen. Wir müssen ja richtig Kohle einsammeln. Klar. Äh. Werbung machen. So, nichts haltet ist die Flusspromenade. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Und das ist gut, ne? Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte für dich. Einzelstandard. Danke. Das war zu viel. Da habe ich mich ein bisschen verdrückt. Das war jetzt so eine... So, momentan noch nicht viel los. Ich habe die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Okay. So. Vielleicht machen wir demnächst mal noch ein anderes Projekt. Ich habe da auch den Flughafensimulator hier liegen. Müssen wir mal gucken. Aber noch mal was anderes machen. So. Nächste Haltestelle ist... Was fällt denn da überhaupt? Alter, ist hier weg. Genau, das war das. Na, da war ich wieder ein bisschen zu schnell. Tut mir leid. So. Nächste Haltestelle, wie gesagt, hat das Segelwerk. So eine Acht Haltestelle oder so. Wir fahren immer eine Tour pro Folge. Nächste Haltestelle, wie gesagt, hat das Segelwerk. Nächste Haltestelle, das Segelwerk. Na klar, hier. Na klar, hier. Klar. So, wir haben alle. Schauen wir. Eichenstraße. Eichenstraße. So. So. Das habe ich... Ja, da war ich zu schnell. So. Alleinschein. So. Ja, du kriegst noch die Karte. Einzelstandard. Danke. So, ich gucke noch mal durch, ob die jetzt alle hier ihre Fahrtickets haben. Okay. So, bis jetzt ist die Stille. Schöne Gegend hier, muss ich sagen. Moin. Eine Fahrkarte, bitte. Mhm. Einzelstandard. Gut, gib Hilfe. Heute nicht viele, die, äh, unterwegs sind. Ich hab Ihnen meine Fahrt... Oh nein. Ich hab Sie verloren. Genau, sie hat Sie verloren, aber halt mir eine Fahrkarte ins Gesicht. Hier, bitte. Hier. Was? Ach so. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wie oft bist du... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Ich kontrolliere trotzdem die Wälder, bitte. Okay. Da. Hier, bitte. Bis zumal die sehen. Ich sehe, ich möchte jetzt Sieg-Walden. Die Blitzer da vorne sehe ich. Schauen wir mal wieder Kanalen steigen. Okay, holen wir uns was zu essen. Gute Idee. Oh, Alter. Na, fahr weiter. Genau. Die fahr mir ins Auto und ich krieg dann die Strafe oder was? Ach Gott, leck mich doch. Ich bin ein bisschen weit zurückgerollt, hier fährt mir ins Auto. Na ja, war. So. Mich hab lenken lassen. Ich liebe die Sonne. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Tag. Student. Und eine. Danke. Hm? So. So, ein bisschen konzentrieren jetzt gerade. Wie ich sage, ich sehe, dass die Qualen. Nächster Halt, sicherlich, Lido. So. Hey. Hallo. Eine Fahrkarte. Einzelstandard. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Danke. So, gucken wir noch mal was auf. Na klar. Hier, bitte. Hier, bitte. Danke. Augenblick. Da. Hey, Zwillinge. Hier, bitte. Wo hab ich denn? Na klar. Hier. Sehr, sehr gut. Sehr vorwürdig. Alle haben ihre Tickets. Hier, bitte. Ich mach zwei Stöne so. So, ich bin gar korrekt angesetzt, das ist immer gut. So, jetzt müssen wir links abbiegen. Oh, das hat sie gemeint. Bitte was? Vielleicht so einen blöden Unfallgehalt. Aber leider haben wir immer mal wieder die gleichen Dialoge. Keine Ein-, keine Aussteigen, aber Speicher ist hier nichts an der Stelle. So, letzte Haltestelle für diese Struktur. Wir sind sogar pünktlich. Bis dann. Ah, hier mit Augen scheiß Müll, ne? Da ist der Müll. Aber heute nur Müllsinder und keine, keine lauter Musik, keine blockierten Düren. Na, bis auf den Blöden, nun verlief das eigentlich relativ gut. Aber jetzt fahren wir das Ding jetzt mal zum Ende. So, jetzt fahren wir ins Depot und machen Feierabend heute. So. Motor aus. Ich schalte aus. Ich muss immer wissen, ob ich einen neuen Bus verstellen muss. Ich muss ja... Wo war das jetzt? Da. Genau. Ähm. Ich glaube, ich habe ihn gerade selber ausgeschlossen. Geschafft. Ich glaube, wir können uns ja nicht in den Gelenkbus holen. Ich weiß, Kollision. Ja, noch nicht ganz. Da brauchen wir bestimmt noch zwei, drei Touren. Dann sind wir nämlich... Haben wir Gott sei Dank die... So, Streckenplader. Wie sieht das jetzt mittlerweile aus? 85 Prozent. 85 Prozent. Immer noch 55 Prozent. Das hat sich nicht wirklich was geändert. Scheiße. Bestes Ergebnis. Streckenzeit. Bis... 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 Warte mal. Ich kann ja hier unten gucken. 14.000, 22.000. Wenn ich die hier nochmal fahre... 23.000. Ja, die hier, ne? Diese 23.000. Die Strecke. Dann würde ich die... Ja, dann fahre ich die gleich nochmal hier. Achso, 95 Prozent. Warte mal. Die hat ja auch richtig Kohle, ne? 95 Prozent. Irvenweh. Nein. Warte mal. Strecke 8. Strecke 9. Dann fahre ich mal auf eine andere Strecke hier. So. Aber das bringt mir keinen Sinn, den jetzt da nochmal einzusetzen. Mal den Irvenweh. Die Fabriksel selber nochmal. So. Die hier. Dann war das auch so. weiter erledigt. Und dann wollen wir hier feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.